Am 21. April 2017 spielt der 1. FC Köln in der 1. Bundesliga gegen Hoffenheim. Zu dieser Zeit kocht die Debatte um Dietmar Hopp und seine Funktion als tragende Säule der TSG aus Hoffenheim wieder auf. Dabei geht der DFB in Zusammenarbeit mit der Staatsmacht teils hart gegen gezeigte Spruchwender oder andere optische Aktionen in diesem Zusammenhang gegen vor. Doch zurück zum Müngersdorfer Stadion nach Köln. In der Südkurve wird zu Beginn des Spiels ein Schwenker der wilden Horde emporgezogen. Darunter vermummen sich einige Ultras, um im Anschluss einen Doppelhalter in Richtung Dietmar Hopp präsentieren zu können. Auf diesem ist eine vollbusige Frau mit einer gewissen Beschreibung zu sehen. Den Rest kann sich ja sicher jeder dazu reimen. Dazu wird noch ein nettes Spruchband am Zaun der Südkurve gegen den Verein der TSG präsentiert. Das Hopp im Nachhinein der Partieanzeige gegen den 1. FC Köln erstattet ist weiter keine große Überraschung. Jedoch gelingt es der örtlichen Polizei tatsächlich im Nachgang des Spiels die zum Vermummen genutzte Kölner Schwenkfahne aus den Lagerräumen zu entwenden und sicherzustellen. Zu diesem Zeitpunkt gehen bei den Kölnern alle Alarmglocken hoch. In einem langwierigen Prozess trat die Kölner Fanhilfe in den Folgemonaten gegen die Staatsanwaltschaft ins Gericht und versuchte so zurück in den Besitz der Schwenkfahne der wilden Horde zu gelangen. Und siehe da, sowohl das Amtsgericht als auch das Landgericht wiesen die Beamten zurück und bezeichneten das Sicherstellen der Fahne als unverhältnismäßig. In etwa ein halbes Jahr später gelangt der Schwenker also tatsächlich zurück in Kölner Hände. Kurioserweise geschieht dies genau in der Woche in welcher der FC in Hoffenheim zu seinem Auswärtsspiel gastiert. Dort soll die Fahne also passenderweise endlich wieder im Block der Domstädter wehen. Zitat Fanhilfe Köln Am Ende stand also eine rechtswidrige Sicherstellung der Fahne durch die Polizei Köln sowie der erfolglose Versuch der Staatsanwaltschaft in zwei Instanzen die Beschlagnahme anordnen zu lassen da. Höhepunkt war dann letztlich auch der Zeitpunkt der Rückgabe. Die Fahne gelangte nämlich exakt in der Woche zurück an die wilde Horde in der das Auswärtsspiel bei der TSG Hoffenheim bevorstand. Ein Timing der Staatsanwaltschaft das man sich nicht besser hätte vorstellen können. Für mehr solcher Videos abonniere doch einfach diesen Kanal.